Und ja, haben den Boss Kesselportal aktiviert und nicht lang reden, ab. Ich hab nicht gelesen, wie der Boss heißt. Ich, kleiner Duli. Voller köstlicher Überraschung, Oktober. So Leute, Boss Battle geht los. Na, hallo. Herzliche Fresse, wow, 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 ich sag nicht, dass ich ihn fresse, Alter. Ja, regt es sich sonst auf. Du bist ja richtig brutal, Nummer 4, hey. Lass diese Wortwitze, bitte. Was bist du denn für ein durchgedrehter Psycho? Dreh mal nicht so durch! Ja, leck mich am Arsch, Alter. Der Typ ist tos. Die Mona, hör auf diesen Wortwitzen, Alter. Schlückchen! Allerdings kann ich meine kostbaren Waffen nicht einfach so hergeben. What? Ich hab grad einen Boss-Boss besiegt. Eine Waffe, Bombe, Bruder. Testen bedeutet in dem Fall, damit durch die Gegend zu ballern. Auf diesen Wege könnte ich wichtige Daten haben. Ja klar, ich baller jemanden in die Fresse, hey, ich wollte nur testen. Die Körling-Bombe bewegt sich geradeaus und fährt bis zur Explosion der... Oh shit! Erhalten! Und die will... Und die will... Ist die jetzt ausgerüstet? Hoffe ich mal. Was ist das? Ach, 800 brauche ich für die nächste Sp... Robo-Bombe?! What?! Okay, Leute, die kaufen wir uns als nächstes. Ich kann sogar jederzeit diese Bomben wechseln. Ja, wir nennen uns mal die. Nur mal ein bisschen... Ach, du Scheiße, eigentlich die sind richtig gut. Muss ich mich jetzt eben klicken? Warte. Komm, gib mir noch einen Versuch, Alter. Einen Versuch noch. Ja, Leute, ähm, kleine Information, ähm, das ist jetzt die zweite Session, ähm, während der ersten Session ist einfach gerade Facecam ausgegangen, von daher, wir haben, ich habe das Problem jetzt gelöst. Und, ja, jetzt könnte eigentlich die zweite Session jetzt mal losgehen hier, also. Oh, oh, Kumpel, tschüss! Tschüss! Nein! Nein! Du kleiner Huse, Alter. Alles klar. Dieses Ding regt mich auf. Ja, ich weiß, dass ich beim nächsten Schlag gleich K.O. bin. Ja, du kleiner... Alter, oh. Kotz mich nicht an, Alter, kotz mich nicht an. Okay, das regst du gar nicht? Komm, ich gehe ins Risiko. Oh, moin! Äh, ja. Da wurde immer noch nicht meine Frage. Und ich beschäftige das andere, den man sich nicht mehr. Ja. So... Baxel rum? Bitte baxel rum? ich muss nach da wie komme ich dachte ich bin so ein esel ja ja wirklich mehr folge dieser sache folgen nein nein ich will diesen sieg und ich will wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder wenn ihr wisst wie ich das machen kann deswegen wollte ich das ding jetzt nicht mega putz in der seitengasse holy crap 13 minuten 30 hier ist ein kleiner weg aha aha und ich dachte das entzieht gut egal ist klar über drei leute aber ohne witz was glaubt ihr habe ich mich richtig verbessert zum ersten part ich glaube ja schon ha ha ich kann einfärben jo 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 stop 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 no alter das wirst du mir büßen level 4 geschafft ich weiß echt nicht was ich im part 1 4 probleme hat das spiel ist eigentlich gar nicht so schwer ich habe mich einfach nur zu dumm angestellt gehen wir level 8 ja das ist ein bisschen untypisch einfach mal ein paar levels springen aber ich habe sie gerade nicht auf die schnelle gefunden deswegen machen wir mal level 8 oh fuck ich dachte ich mache ich mache ich habe damit kein euro gemacht wenn das kein secret ist dreh ich durch ich dreh durch ha unten gibt sachen ja moin secret checkpoint leute leute sorry dass das jetzt gehört wird aber ich kann das wetter nicht beeinflussen tut mir leid oh shit das schüttert ja gerade richtig aber es hat eh heute schon teilweise tagsüber geregnet also kann ich das nicht also ok wetter beruhig dich wer sieht das ja gar nicht wahr secret level 2 11 ah geruf no 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 oh fuck oh shit oh shit jetzt haben wir das Nein! Nein! Oh, leck mich doch! Ey, das kann nicht wahr sein! Jawoll, Level 8 geschafft, Leute! War schon... Wie soll ich sagen? Es war teilweise spaßig und ein bisschen kompliziert, aber wir haben schon... Alle Siegwitz gesammelt, aber ich bin nicht alleine, Leute! Lugia ist am Start! Den hab ich einfach mal mitgenommen, der kann auch mal auf meinen Schoß bleiben, hier! Weil Lugia ist Lugia, Leute! Schreibt mal in den Comics, wer alles Lugia mag! Geben wir uns auch noch Level 9! Und wie wissen alle, bei Level 10 ist Endbox-Time, Leute! Das heißt in diesen... Oh, bin ich... Ich bin doch so doof, Alter! Ja, ich möchte rein! Ne, Lugia? Jetzt geht los, Alter! Wenn ich Hilfe brauche, gibst du dir einen Luftstoß! Hä? Ah! What? So, jetzt kann es richtig losgehen! Alter, die sind heftig auch! Ja, das wäre schlauer gewesen, erst mal die Kisten kaputt zu machen! Toll, Killer! Wenn ich nicht richtig aufpasse, haut mich Lugia heute noch! Und das will ich nicht! Das will ich nicht! Ach ja, Leute! Schaut mal übrigens jetzt hier bei meiner neuen Lok vorbei! Pokémon-Ultra-Mod! Ich hoffe, euch gefällt das bis jetzt! Yo! What? Warte mal, kann man? Geht das? Yo! Das geht! What? Wuhuu! Nein! Nein! Ich fuhr doch da oben! Wuhuu! 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 What?! Ey, Leute! Das waren die Skates, Alter! Yo! War mir so klar, dass das hier oben ist! Letzter Jackpot! Ja, Lugia, wie findest du denn das Spiel so bis jetzt hier so? Ja, ich find das ziemlich toll! Ja, find ich auch, Lugia! Find ich auch! Wie finden die das eigentlich, Leute? Soll ich mal öfters hier so mit Lugia oder mit anderen hier so... Pokémon hier so, wie heißt das, ein Part aufnehmen? Findet ihr das so lustig oder denkt ihr so... Digga! Du bist, keine Ahnung, wie alt! Hör mal auf mit so'n Scheiß! Schreibt's mir in die Kommis! Wenn ihr... Gebt mir einfach eure Meinung! So, wie komm ich jetzt noch da rum? Ja! Klasse! Ich bin auch so was von schlau! Safe! Safe Call! Nein! 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 Fick dich! Ach, ganz ehrlich! Fick dich doch! Nee! 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 Das seh ich nicht ein! Vor meiner Nase! Und... Nee! Nee, Leute! Wenn er ein Secret ist, nehm ich ihn mir auch! Sorry, Leute, aber nein! Ich seh das nicht ein! Komm! Ganz ehrlich! Zwei Versuche hab' ich noch! Den und noch einen! Ja! Oh, Baby! Kann ich jetzt wieder nach da? Nein! Scheiße, Mann! Leck mich doch am Fett am Sippeln, Alter! Lugia! Das... Lugia, das geht gar nicht, Alter! Ohne Witz jetzt! Komm! Ja, komm! Komm! Oh, Leute! Ich bin der Skiller des Jahrhunderts! Was? Ey, Lugia! Was? Gesehen, Lugia? Guck dir das an, Alter! Guck dir das an, Alter! Guck dir das an, Lugia! Krieg ich ne neue Waffe! Klack, krieg ich ne neue Waffe! Aber bitte auch eine, die geil ist! Heldenkonzentrator! Halte beim Heldenkonzentrator für die maximale Reichweite ZR gedrückt! Du kannst sogar ein wenig schwimmen, ohne die Ladung zu verlieren! Ernsthaft? Was? Oh, Gott! Ich seh's jetzt schon kommen, Leute! Ich seh's jetzt schon kommen! Ja, ich muss das smashen, Alter! Auf welchen Zielpunkt? Laber nicht auf diesen, oder was? Ey, jetzt mal ohne Witz, Alter! Komm! The fuck on! WTF!? Junge, Array oder so alter... Wo, wo, wo soll ich diesen Scheiß jetzt machen?! Ey, ich bin verwirrt alter! Ich bin verwürrt. Lugia!!! Wenn du mir helfen ... Sag mir immer irgendwas! Flieg mal da ein Spiel rein und sag mir mal was… Untertitelung des ZDF, 2020